Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Alles klar? Ja, ja, alles klar. Willst du einen Kaffee? Ja, bitte, danke. Wühlt der vielleicht an? Wen mahnst? Hallo? Alles gut? Alter, der ist gescheit hier, oder? Was machst du? Alter, der ist wirklich hier! Kannst du nachher einkaufen? Wir haben fast keinen Kaffee mehr. Alter, da liegt eine Leiche in unserem Wohnzimmer. Ja, dann schau doch einfach hin! Alter, es war echt lang gestern. Ich bin so müde. Willst du mir noch zusammenräumen? Ich glaub, wir haben grad ernsthaft gräbere Probleme aus diesem Zusammenräumen. Was ist los mit dir? Was willst du? Ja, warum liegt da eine Leiche am Boden? Alter, willst du mir vielleicht mal neid die ganze Zeit irgendeinen Scheiß vorwerfen? Ist das echt anstrengend von mir? Warum bist du so unverantwortungsvoll? Warum liegt da eine Leiche? Alter, redet nicht die ganze Zeit so schierch! Ja, weil es ist ja so! Nur weil du es ignorierst, hast du es ja nicht, dass es weggeht! Alter, was? Ich hab echt grad keinen Nerv dafür! Ich hab so einen Kopfschmerzen! Nur weil du es die ganze Zeit ignorierst, ist sie ja trotzdem da! Ja! Ja, okay. Was war ein Sova? Aina! Das war es. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe ihn gerade voll getötet. Das ist erst. Mama! Wie kommt das denn her? Schauen wir, wie es ihm geht. Immer, immer schon eine Bindung zum Leben.